Cave Johnson hier. Fakt ist, der Schlüssel zu erfolgreicher Teamarbeit ist Vertrauen. Unsere Studien belegen, man kann Menschen nicht vertrauen. Die Lösung? Roboter. Dann werden die Entwickler gefeuert und bessere Roboter gebaut. Anschließend führen die Roboter ein paar Vertrauensübungen durch, um eine Basis gegenseitigen Respekt zu schaffen. Das stärkt durch die simulierte Bindung künstlicher Freundschaft. Inspirieren. Am Ende stellen wir dieses Vertrauen auf die Probe. Bingo! Die Roboter haben sechs Sekunden länger zusammengearbeitet. Gut gemacht, Roboter. Cave Johnson, das war's.